Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.900 US-Dollar. Ich bin back. Endlich wieder nach einer Woche Krankheit. Endlich mal wieder hier YouTube-Videos zu drehen und endlich wieder die Stimme auch dazu zu haben. Ich war jetzt wirklich eine Woche lang komplett flach gelegen. Eine Woche lang keine Stimme gehabt und so. Erster Tag, wo ich jetzt endlich mal wieder richtig reden kann. Deswegen heute endlich wieder Update Video. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.900 US-Dollar. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, immer schön auf die Glocke klicken. Ja, wie gesagt, 20.900 US-Dollar. Wir versuchen hier gerade dieses letzte Tief, wo wir hier eigentlich rasch aufgekauft wurden, wieder mit Liquidität zu füllen. Das war eigentlich schon mal an sich ganz klar. Ihr kennt es von meinem Kanal. Was ist jetzt im Endeffekt passiert die letzten Tage? Wir hatten dramatische Abverkäufe. Was heißt dramatisch im Endeffekt? Normale Abverkaufswelle. Wir haben unseren Support-Bereich, den in grün dargestellt, mit dem Monats-S1 etc. Haben wir nach unten hindurchbrochen. Danach ging die Abverkaufswelle los. Und jetzt, wie gesagt, bei 20.900 US-Dollar. Um jetzt zu gucken, wo es jetzt als nächstes hingehen könnte, habe ich schon mal was eingezeichnet. Vor allem im Daily-Chart. Ihr seht hier unten, hier war unser altes All-Time-High im Bereich der 19.600 US-Dollar. Ich vermute mittlerweile sogar, dass wir sogar noch mal ein deutliches Stück tiefer gehen, in Richtung 18.000 US-Dollar. Warum? Ihr seht hier auf dem Daily-Chart diese explosive, oder diese explosiven Kerzen hier, die wir hier im, wann war es, im Dezember 2020 gebildet haben. Das heißt, in dieser Zone haben wir überhaupt bis gar keinen Support momentan zumindest. Das heißt, wir sollten hier die Liquidität reinbringen. Und da sehe ich sogar die 18.200 US-Dollar, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Einfach aus Grund dessen, um Liquidität in diesen Bereich hier nach unten hin reinzubringen. Damit hätten wir den kompletten Bullrun, den wir eigentlich hatten im Jahr 2021 rum, wieder komplett aufgefüllt, mit Liquidität gefüllt. Wir könnten hier runter sogar noch bis zum Monat S2 bis 17.500 US-Dollar. Da hätten wir sogar diesen WIC hier unten auch noch gefüllt. Würden Liquidität hier reinbringen, um dann vielleicht eine neue Welle nach oben hin starten. Also nicht alles, was die ganze Zeit jetzt komplett runter geht, irgendwann wird es auf jeden Fall auch wieder hochgehen. Nur momentan sind wir einfach in so einer No-Trade-Zone. Ihr seht es hier drüben, auch hier diese Zone, haben wir ohne Probleme nach unten hin durchbrochen. Das heißt, wir hatten hier auch damals so einen ganz, ganz kurzen Aufenthalt, mit wenig VPVA, also wenig Handelsvolumen auch in dieser Range. Das ist jetzt auch der Grund, warum es einfach jetzt schnurstracks nach unten geht. Ohne wirklich viel Volumen, was wir jetzt eigentlich brauchen, fallen wir hier einfach runter ins bodenlose Loch. Deswegen 17.500 bis 18.000 US-Dollar halte ich jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit für möglich. Meine Long-Position ist mittlerweile bei einem Entry von 22.500 US-Dollar. Die werde ich aber auch erst unter 20.000 US-Dollar weiter vergrößern. Ist eine risky Position, aber ich habe gesagt, okay, die Chance, ich probiere es jetzt einfach mal, auch wenn es so auf eine Art ist, ins fallende Messer zu greifen. Trotzdem kann man es momentan meines Erachtens zumindest mit einer kleinen Position probieren. Aber trotzdem, ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass wir hier auf jeden Fall in dem Bereich des 17.000 bis 18.000 US-Dollar hier vielleicht möglicherweise erst den Boden finden. Also das ist so momentan das Szenario, wo ich am meisten sehe. Einfach aufgrund dessen, weil wir hier unser altes All-Time-High hatten. Wir hatten hier eine längere Konsolidierungszeit über einen kompletten Monat. Plus die Vergangenheit, weil wir hier einfach auch das alte All-Time-High hatten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall in diesem Bereich hier nochmal vorstoßen. Monats-S2 mehr wie PVR, also mehr Handelsvolumen. Und der RSI sollte sich dann irgendwann auch einmal wiederholen. Trotzdem, wir sind jetzt in einem Bärenmarkt. Habe ich jetzt auch eingesehen, beziehungsweise das heißt eingesehen. Es gibt nichts mehr Bullisches, wo man jetzt auch sagen kann, okay, wir sind jetzt nicht mehr in einem Bärenmarkt, beziehungsweise wir sind jetzt auch in einem Bullenmarkt. Sehe ich nicht. Der Trend ist eindeutig gebrochen. Wir bilden tiefere Tiefs etc. pp. Okay, wichtig wird es jetzt irgendwann mal hier in dieser Region wirklich mal ein bisschen Konsolidierung reinzubekommen. Ein bisschen hier rumzutraden, damit wir hier auch wieder ein bisschen VPVR kriegen. Und dann zumindest mal bis in den Bereich der 33, bis ungefähr 30.000 US-Dollar wieder steigen könnten. Also ihr seht es auch hier, ich mache das mal ganz kurz weg, wir bleiben jetzt mal hier auf dem Daily Chart. Diese ganze Abverkaufsrange hier, also dieser Bereich hier, wo wir jetzt die ganze Zeit runtergefallen sind, bis ungefähr, na jetzt hat er es wieder nicht genommen, so, jetzt aber, könnte uns ungefähr, sag ich mal, bis 28.700 US-Dollar wieder bringen. Also es wären ungefähr 36% Pump, die möglich sind, aufgrund dieses krassen Abverkaufs hätten wir wiederum ein Void. Deswegen, das wird natürlich gut und gerne wieder nach oben hin gefüllt. Und dann wird es natürlich interessant, kommen wir hier wieder rein in unsere ehemalige Range, die wir über zwei Jahre hatten, hier diese riesige Seitwärts-Range zwischen 30.000 und 60k. Oder werden wir dann hier rejected und konsolidieren dann einfach monatelang erst einmal zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar. Darauf müssen wir uns auf jeden Fall gefasst machen. DCA läuft weiter bei Bitcoin vor allem. Altcoins bin ich einfach noch vorsichtig, beziehungsweise, äh, bin ich einfach momentan noch nicht wirklich bereit, äh, Money rein zu investieren. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an, auch auf dem Daily Chart. Momentan bei ungefähr 1.115 US-Dollar. Krass, dass man solche Kurse einfach mal so sackt, so nach einer Woche, wo wir noch komplett woanders standen. Ähm, auch hier sehe ich noch deutlich, deutlich tiefere Kurse. Also, wir sind auch hier momentan im Niemandsland. Man sieht es hier, wo der Bullrun ungefähr begonnen hat damals. Befinden uns jetzt, sag ich mal, bis ungefähr 912 US-Dollar haben wir ungefähr Support. Weil wir hier einfach noch einen Wig haben. Wir haben hier mehrere Wigs, die noch gefüllt werden möchten oder könnten auf jeden Fall, die uns aufhalten. Aber sobald wir hier diesen 925 US-Dollar circa oder Pi mal Daumen durchbrechen, sehen wir hier auf jeden Fall zwischen 700 und 780 US-Dollar auf jeden Fall nochmal wieder. Das ist der Grund, warum ich auch bei Ethereum noch momentan ein bisschen zögere. Aber gut, das ist so dieses komplette Altcoin-Ding momentan. Ich zögere momentan bei allen Altcoins, einfach weil ich mir hier die Level ein bisschen eingezeichnet habe. Cardano, ich weiß gar nicht, was das hier für Malerei ist. Cardano hält sich dafür aber momentan noch relativ stabil, auch wegen dem Hardfork, was da angedeutet wurde bzw. gemacht werden soll. Mich wundert es, dass Cardano sich so stabil hält. Wir haben hier eigentlich noch einen Wig zu füllen, der bis ungefähr 0,38, 0,39 geht. Aber wir halten uns hier relativ stabil. Also man hat es auch gestern an der Bitcoin-Dominance gesehen. Wir befinden uns mittlerweile noch bei 45%, waren kurzzeitig bei 48%. Aber gut, trotzdem Altcoin-Zeit ist für mich momentan noch nicht. Wer Altcoins kauft, entweder jetzt oder einfach noch ein bisschen warten, ganz ehrlich. Ob die paar Prozent, ich denke mal 10, 20% kann es immer nochmal nach unten hingehen. Das Risiko sollte man momentan ein bisschen einpeilen. Aber die Altcoins halten sich teilweise sogar momentan besser, aber das liegt auch viel an der Bitcoin-Dominance. So, dann XRP, relativ gleiches Spiel. Auch hier haben wir ja schon darüber gesprochen, sobald dieser Wig gefüllt wurde, was er jetzt endlich wurde, wird es auf jeden Fall tiefer gehen. Die ersten, das waren noch diese ganzen DCA-Dinger, wo ich euch zeigen wollte. So, wir sind jetzt wieder in unserer krassen Zone angekommen, sag ich mal, die jetzt auch fast gefüllt wurde. Aber auch hier, XRP hat noch Luft nach unten. Zumindest hier in diesem Bereich von 0,26$. Aber auch hier könnt ihr ganz gut sehen, wir finden uns jetzt so langsam an so einem Plateau. Auch bei den Altcoins, wo wir einfach teilweise nicht mehr tiefer sollten, weil da so viel Handelsvolumen mittlerweile angelangt ist. Bei Cardano ist das Spiel, bei XRP ist das Spiel und bei vielen, vielen anderen Coins, wo wir jetzt langsam in so eine Stellung kommen, wo ich sagen würde, okay, DCA fängt jetzt langsam an, zumindest bei den Altcoins. Auch Solana, habe ich schon einen Teil gekauft, Grüße gehen raus an Alex. Wo wir einfach hier in einer fetten Zone sind, wo ich sage, immer wieder Support gewesen. Die Zone sollte dann halt natürlich auch nicht nach unten hin durchbrechen, aber dafür sieht es momentan ganz gut aus, sag ich mal. Und so gehe ich jetzt momentan zumindest die Altcoins erst einmal ein bisschen an, wie ich sage, okay, hier kaufe ich jetzt einen, hier kaufe ich noch nicht einen, hier warte ich lieber noch ein bisschen. Aber so Step by Step, aber auch nicht alles. Also das sind Kleinstbeträge, die ich jetzt hier erstmal nach und nach investieren werde, um den Markt einfach nochmal ein bisschen beurteilen zu können, beziehungsweise erstmal noch ein bisschen ins Auge zu fassen, bevor wir hier wirklich größere Beträge rein investieren. Gut, soviel zu mir, soviel zu den Charts, schauen wir noch ganz kurz die News an. Wie schlimm wäre eine Pleite von Celsius für Bitcoin? Ja, keine Ahnung, ich glaube, die haben einen Liquiditation-Preis von 17.000 oder 16.000. Nexo hat mittlerweile sogar gesagt, dass hier ausgeholfen werden sollte. Schauen wir mal, wie sich das alles noch ausgibt. Momentan, ah, da steht sogar, wenn der Bitcoin-Preis 16.800 Dollar erreicht. Also gut, soweit gehe ich jetzt momentan nicht davon aus, 17.000, 17.500, das habe ich euch ja gesagt, ist eine Möglichkeit, wo ich sehe. Deswegen müssen wir mal gucken, ob Celsius überhaupt hier dann pleite wird. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Auf jeden Fall interessant, deswegen niemals komplett eure ganzen Sachen auf irgendeiner Börse haben. Verteilt es ein bisschen, wenn ihr es staken wollt. Geht nicht unbedingt dahin, wo immer die meisten Renditen sind oder Sonstiges. Verteilt es ein bisschen, auch wenn ihr dafür weniger Rendite kriegt. Besser Rendite zu kriegen, als gar keine Rendite zu kriegen, sage ich gerne. Aber gut, schauen wir mal. Ja, morgen Livestream endlich mal wieder. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Morgen Abend dann Livestream. Freue ich mich darauf, endlich wieder dabei zu sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wie immer. Ciao, ciao. Stay Crypto. Schiff, ich nourriss mich auf Państwa. Wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank.